Das Dschungelcamp geht schon bald in eine neue Runde. Vor wenigen Tagen darf sich Lucy Diakowska als Siegerin der Jubiläumsstaffel die langersehnte Krone aufsetzen. Nur wenig später sorgt Sonja Zitlow beim Wiedersehen schon für die nächste Überraschung. Wir sind schon im Sommer zurück mit einer All-Star-Staffel. Welche Stars sich nochmal den Herausforderungen im australischen Bus stellen, ist bislang noch nicht bekannt. Sicher ist aber, dass Ich-bin-ein-Star-Showdown der Dschungel-Legenden nicht in Australien, sondern in Südafrika gedreht wird. Dschungelfans kommen also schon ganz bald wieder auf ihre Kosten. Und das mit den All-Stars aus allen bisherigen Staffeln.